Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 3, meine Freunde. Ja, im letzten Part habe ich gefaselt was davon, dass meine Folge weg wäre. Ja, vergesst das ganz schnell mal lieber wieder. Ich konnte sie, ähm, ja, zurückholen. Was bedeutet, ihr werdet sie gesehen haben, ne? Wenn ihr diese Folge hier guckt. Ähm, ja, wir sind hier beim Seamonster stehen geblieben. Oder besser gesagt, bei diesen Abenteuer-Missionen, hier in Boston sogar noch. Hab hier ein wenig gecleart, hier die Seite. Hier habe ich das noch sein gelassen, weil wir uns hier hin schnell reisen können und hier oben auch noch Abenteuer-Scheiß zu tun haben. Naja, gut, ob wir die gleichen, also gleich jetzt anpacken werden, mal sehen, schauen wir auch immer. Oder ob wir die erst machen, wenn wir mal mit der Story weitergemacht haben, ne? Das wird euch wohl garantieren, doch das Rätsel muss aufgeklärt werden. Aha. In der Stadt irgendwie zuhören. Machen wir doch bei Gelegenheit. Sofern wir das können. Ich gucke mich hier mal um. Ja, nö, ist klar, dort oben, ne? Auftragsattentat gibt's auch noch. Dann porten wir uns mal schnell dorthin. Um so schnell wie möglich noch mehr in diese Folge reinzupacken. Weil ich fand, die letzten Missionen waren so lala. Außer natürlich die letzte Folge, die ich gerade aufgenommen habe mit den speziellen Trophäenstücken da. Am Schluss bekamen wir ein Schwert. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Inventar haben oder nicht. Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall haben wir den Alma nach Easygoing eingeladen und können gleich weiter zum Nächsten. Ja, es tut mir leid, ich muss da durch. Tut mir aber leid. Mecker nicht rum, ey. Dann störe ich dich auch nicht länger. Dass ihr das noch nicht gecheckt habt. So. Sorry. Muss einfach sein. So. Klar. Jetzt geht er nach oben, der Luli. Hätte ich das gewusst, wäre ich oben geblieben. So, ich habe ihn. Dankeschön. Wie das auch immer noch geklappt hat. Keine Ahnung. Was, wir haben keine Abenteuer hier. Oh Mann, man kann überall hin, um diese Abenteuerscheiße zu aktivieren. Okay. Dann müssen wir da nur noch die Klunker holen. Für den anderen Vollidioten. Sollen wir schon, oder sollen wir jetzt hier noch abgrasen gehen? Abenteurer. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, das machen wir noch kurz. Dann so als Belohnung mache ich noch was. Als Mission. Weil wir haben erst vier Minuten und, ja. Ist ja schnell gegangen hier. Was nehmen wir als erstes? Den Almanach nehmen wir als erstes entgegen. Da hat er bei geringem... Da hat er bei zu geringer Distanz... Oh, 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 oh. Ja, klar. Und ich lege mich mit denen an. War ja klar. Ja, klar, und du kannst dich nicht mal schützen, mein Freund. So, nein, hier. Verrecke. Und du auch. Nein. Bye, bye. Viel zu schnell. Connor ist ein Indianer. Das müsst ihr einfach wissen. Oh, doch, und wie. Den Almanach habe ich zu suchen. Siehste? Und ich habe ihn. Ja, gut. Ich habe gesehen, wo ich hin muss. Hier unten. Ich bleibe gerade so. Und dann läuft es auch bei mir. So. Das wäre die erste Klunkerei hier. Wo ist die nächste Klunkerei oder so? Siedlungsmission. Oh, wir können einen in unsere Siedlung mit aufnehmen. Dann seht ihr doch hier, die Siedlungsmission. Finde ich übrigens ganz schnieke, dass die andere Mission wieder aufge... Also, die andere Folge. Jetzt habe ich schon andere Missionen, nee, nee. Dann können wir auf jeden Fall hier auch noch jede Menge Scheiße machen. Äh, lol. Was ist hier los? Muss ich euch allen Beinen machen? Nö. Sehe ich nicht ein. Hier. Bye, bye. Sehr schöne neue Moves. So, und jetzt... Mit den Fäusten. Hier. Schön. Kickboxer. Bam, bam, bam. Und gib ihm. Und... Nochmal. Wer will? Du? Kein Problem. Nein, auch du. Völlig fail hier. Bye, bye. Vielen Dank, mein Freund. Die hatten wohl ein Bier zu viel und machten den Klang meiner Stimme nicht. Ich habe nur mit dem Mädchen geredet. Ich erkenne deine Akzenten. Wo kommst du her? Aus dem Norden. Aus dem Norden. Vor Worst-de-Quebec. Und was führt dich nach Worst-de-Quebec? Ich bin eigentlich Bergmann. Doch ich finde keine Arbeit. Die Leute hören mich nicht an wegen meiner Axon. Vielleicht ist unser Treffen Schicksal. Ich komme aus einem Dorf ein paar Meilen nördlich. Dort gibt es einen Nieneransatz. Ich weiß nicht genau, was ich darin befinde. Aber vielleicht genau das, was du suchst. Ich sehe es mir an. Wenn es gut aussieht, reden wir weiter. Es wird dir gefallen. Keine Sorge. So. Das haben wir auch erledigt. Gefällt mir. Wollt ihr wirklich gegen mich antreten? Mann, seid ihr dumm. Ihr seid beide einfach nur völlige Idioten. Oder alle. Lasst mich einfach. Ich greife euch nicht mal an. Außer ihr greift mich an. Nein. Tschüssi. Auch du gehst. Einfach mal liegen. So. Tut mir echt leid. Aber ihr seid einfach nur Pissnelken. Jaja. Okay. Ich mache euch. Ich mache euch vor dem Nieder. So. Hier. Bom. 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 Hier. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Seid ihr alle so gestört im Kopf? Ihr seht, wie ich eure gesamten Männer niedermache. Und ihr verpisst euch nicht. Mann, seid ihr doof. Ja, klar. Ich habe abgeblockt. Nur so. Ich drücke meistens mehrmals B. Vor allem in den neuen. Ey. Kannst du mal abwehren? Danke. Lass es stecken. Nein. Au. Nein. Hehe. Vergess es. Wie viele wollen liegen hier? So. Genickbruch. Der steht nicht mehr auf. Ja, klar. Wie kann der noch leben? Verpisst dich. Hey. Wie viele kommen da? Darf ich das bitte erfahren? Scheiße sind die lästig. Wie Mücken. Die immer stetigen Schaden machen, aber nicht wirklich was machen können. Ist doch lächerlich hier. Das sind doch Schmeißfliegen. Ich könnte das den ganzen Tag so machen. Vollidiot. So, du auch noch. Ach. Woher kommt ihr denn bitte? Ihr könnt doch nicht alle immer... Kommt die ganze Stadt oder wie? Einer gegen tausend oder was? Spielen wir jetzt das und nicht meins gegen hundert. Wie in der Schweiz. So. Auch nichts. Wer wird Millionär oder so? Oder habt ihr auf mich eine Million ausgesetzt? Endlich wieder mal zwei miteinander. Endlich mal wieder Tote hier. Nein. Nein. Sehe ich nicht ein. Hava Wanga. Hey, hier kommt wirklich einer nach Mandan. Wie in der Lotterie. Eine Zahl nach Mandan. Nur sind es immer die falschen Lottozahlen. Sonst würde ich ja gewinnen. Ich habe definitiv keinen Sechser im Lotto. Definitiv nicht. Okay. Jetzt rechnen wir mal mit der Waffe. Danke. Wundervoll. Wundervoll. Nein. Das ist so genial. Wundervoll. Wundervoll. Ich liebe das ja, wenn der so abgeht. Und wie ich das liebe. Und der kommt einfach nicht hier hoch, ne? Hey, wie lange habe ich jetzt gekämpft? Sicher etwa fünf Minuten, ne? Klar. Voll eurer Meinung. Voll eurer Meinung. Und jetzt werde ich nicht mehr anonym, oder wie? Ihr seid doch Drecksäcke. Kommt hoch. Kommt hoch, ihr Bastarde. Ah, sogar hier. Hier seid ihr vertreten. Dann kommt ihr hoch, beiden. Kommt ihr hoch. Nein. Jetzt reicht's mir. Jetzt seid ihr alle weg. Sorry. Nein. Bye, bye. Alle weg hier. Wundervoll. So liebe ich doch das. Ja, kommt hier hoch. Wenn ihr wirklich sterben wollt. Ich bringe euch alle um. Was ist denn das hier eigentlich? Darf ich das mal abreißen? Danke. Danke. So. Noch zwei. Hm. Dann machen wir doch mal weiter. Ist mir eigentlich gerade egal. Wir sollten hier mal den nächsten Almanach in den Fang nehmen. Lächerlich. Ich lasse mich doch nicht von sowas ausbremsen. Wäre ja noch schöner. Lass es am besten gleich sein. Hey. Einfach hoch. Ja, klar. Völlig eurer Meinung. Wie trefft ihr mich? Ich gehe über Dächer und ihr seht mich nicht mal richtig. Ihr Vollidioten. Oh Mann. So. Hätte ich eingesammelt. Nächstes Almanachchen. Bitte. Wir müssen mal. So. Und da werde ich sicher eine Möglichkeit finden, anonym zu werden. So. Wundervoll. Solange ich habe, wird auch mein Grad nicht höher, wo sie mich entdecken könnten. Ach so. Gespräche in der Stadt zu hören, wenn ich gejagt werde. Genau. Voll eurer Meinung. Wo könnte ich mich am besten verstecken? So. Ja, nö. Ist klar. Eine ganze Armee. Ja, komm. Erschießt euch selbst. Sehr cool. Und ich kann gleich mit euch weitermachen. Sehr cool. Jetzt übernehmen wir mal mit den Klingen. Mal schauen, was wir da so zustande bekommen. So. So. Nein. Vergesst es. Super. Wundervoll. Mit den Klingen bin ich noch viel besser. Ja, klar. Ich habe ihn noch getroffen. Ja. Ja. Wundervoll. Ich habe einfach mal mit einer Gruppe aufgeräumt. Ne. Nein. Sorry. Und mit dir. Fahrfahren. Ja. Ebenfalls so. Yeah. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. 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 Nicht schon wieder drei Stück. Mach Bomben. Bitte. Einfach liegen bleiben. Nein. Ey. Ich habe die ganze Stadt, die ich ausgelöscht habe, bald. Nein, lasst es doch einfach sein. Ja, klar. Und ihr erschießt noch euren Kollegen. Ihr seid sowas von bescheuert. Hm. Wenn es so zwecklos wäre, warum komme ich hier hoch? Du Vollidiot. Ja, klar. Was ist denn das für ein Bug? Mann. Wie die durch die Lüfte schweben. Ja, klar. Ja, klar. Aber immerhin. Wir haben zu viel Aufmerksamkeit erregt. Das heißt, wir sind desynchronisiert. Immerhin bin ich dann, glaube ich, wieder anonym. Ja, bin ich. Haha. So gefällt es mir natürlich. Hätte ich mich eigentlich schon lange mal besiegen lassen können. Aha. Da habe ich jetzt nicht viel mitgehört. Weil ich mich hier mal wieder verstecken musste. Äh, ja. Darf ich hier mal hin? Hm. Eins von drei. Jetzt erst gekleert. Wenn eure Gelenke schmerzen, wie sagt ein alter Mann, ist denn ein alter Mann dabei, wenn das Biest auftaucht? Ja. Ja. Das ist mal, glaube ich. Es heißt, er kommandiert das Stimmen. Ein alter Mann gibt dem Kragen Befehle? Was für ein Seemannskern. Weiß nicht, Kumpel. Viele Männer spinnen alle dasselbe Garn. Okay. Dann fragen wir noch hier nach. Den Kragenbeschwerer sei tot sein. Der Alter liegt nicht weit von hier begraben. War eine Pestvolle. Der Alter, der den Kragen suchen konnte, hat plötzlich ins Gras gebissen. Seitdem ist das Biss nicht aufgetan. Dann war es also wahr. Hab ich nicht gesagt. Frag doch seine Mitwe. Sie ist immer an seinem Gras. Okay. Dankeschön. Wollte ihn die Ehre erweisen? Ihr seid der Erste. Er hatte nicht viele Freunde. Die Menschen verstanden ihn nicht. Er war ein guter Kaufmann. Ein guter Ehemann. Mir hat es nie an etwas gemangelt. Okay. Die Werkstatt des Kaufmannes aufsuchen. Können wir gerne machen. Nachdem wir die Truhe und den Almanach mit einbezogen haben. Das einzige, was ich nicht gemacht habe, sind zwei Forts. Das war nur eins. Um es euch zu zeigen, wie man es denn machen sollte, wenn man keine Kanonen hat. Also keine Knarre, um genau zu sein. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Kriege ich das einfach mal auf oder nicht? Oder verrutsche ich? Was? Dann mach mal, mein Freund. Ja, ja, ist okay. Jetzt bin ich einmal verrutscht und darf alles nochmal machen. Das ist so eklig. Ey, nochmal. Aber jetzt mit Feingefühl. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn oder so. Jetzt höre ich einfach nicht auf, bis ich es durch habe. Hä? Also, ich mach nix falsch. Definitiv mache ich nix falsch. Das ist ziemlich nervig. Eins, zwei, drei, vier. Wie macht man das auch? Habe ich noch nicht den hohen Rang, aber das kommt doch erst in Unity. Warum geht das hier zur Hölle noch nicht auf? Dankeschön. Jetzt ist es aufgegangen. Also, ne. Teilweise verstehe ich das echt nicht. Dann bringen wir hier noch den Brief. Zu dem gewissen Herrn von uns zu, wer das auch immer ist. So, hier runter. Wundervoll. Ja, ich hab sie nicht mehr alle. Da hast du wohl recht. Ach so, du sagst nur danke, weil ich dir jetzt die Mission abgenommen habe. Kein Problem. Dann muss ich hier über die Dächer durch. Ja klar. Jetzt noch so ein Honk. Dann gehe ich halt hier drüben hin. Ist sowieso viel besser. Lala. So. Nein. Oh. Das war fast zu weit, mein Freund. Wie soll das hier genau gehen? Ey. Hier wird nicht abgehauen. So. Das hätten wir dann auch. Gefällt mir. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch hier weitermachen. Allerdings ist es eigentlich genug für heute. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen gehen wir jetzt noch in die Hauptmission und gucken uns da nochmal an, was denn so sonst noch vorgefallen ist oder sein könnte. Und anscheinend gibt es ein Seemonster. Keine Ahnung. Werden wir alles noch sehen. Auf jeden Fall hatten wir heute viel Gemetzel. Und ganz ehrlich, ohne die Knarren hätten die gar keine Chance mehr gegen mich. Später wird es auch so sein, dass ich viel zu OP bin, weil man mich mit Kugeln nicht mehr abschießen kann. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Dass das Ding dort auf der, ah, also auf dem Tisch nicht kaputt gegangen ist. Es ist ein wenig. Unlogisch, aber okay. Nein. Gehst du bitte. Da durch. Genau da durch. Ist, glaube ich, eine Lampe. Die sollte eigentlich kaputt gehen, aber egal. Oder wenigstens vom Tisch fallen. Auf Johnsons Spur. Mal schauen, ob das da so weiter geht, wie ich mir erhoffe. Ah, Connor. Sei gegrüßt. Was geht nicht nach Boston, du? Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Nun, was kann ich für dich tun? Ich hoffte, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Warum kommst du nicht mit? Es ist schön zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Sagt ein Mann, der eine Sklaven besetzt. Wen? Sorry? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann spricht dich der Gegend aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Du sprichst, als sei deine Situation vergleichbar mit der der Sklave. Ist sie nicht. Hey! Es ist mein Haus! Egal, was ihr Steuereintreiber sagt! Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen. Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Ach, genug. Wir kommen rein. Ich schätze, dass offensichtlich ist. Du warst genug, Connor. Geh nur weiter. Ich treffe dich an unserem Ziel. War das schon alles? Ich schätze, dass wir hier die Tür haben. Was euch nicht? Ah! Könnte etwas Hilfe brauchen! Ja! Ja, das ist alles! Okay. Wir dürfen nicht über Bekannteilschufe 2 kommen. Oh, komm mal Bockel! deswegen machen wir das mal so nur mit fäusten haben wir das jetzt erledigt okay ab geht's nein nicht entdeckt werden nein böse ich muss schnell zu einem stadtschreier mich mal anonym werden lassen danke ich bin den coglito hier dafür zahl ich gerne muss ich ganz ehrlich gestehen sehr schön was sind das ist das ein zeitriss oder wie das kann doch nicht sein steuern treiber loswerden man bin ich doof man will ich doof ich bin mehr als du ich bin mehr als du tja das ist eben wenn man sich mit dem falschen typen anlegt doch gehe ich ich muss sogar sonst komme ich auf gefahren stufe 2 und das wäre nicht sonderlich von vorteil kann ich den killen danke ich bin die steuern treiber losgeworden ja ja ich bleibe auch weg keine sorge nein nein bin ich nicht siehst du ich bin sogar zu schnell so du siehst mich nicht dankeschön so komme ich zu dem hin ohne dass der mich sieht dankeschön nice aber das kann doch ekelig werden wenn ich kaum was machen kann ohne gleich entdeckt zu werden aber gut gehen wir jetzt noch mal zu dem kollegen hier und sprechen mal mit ihm über wichtiges konner ich stelle dir einige gleichgesinnte vor der besitzer dieses feinen etablissements william molyneux und der leiter und chefkoch seines neuesten projekts stéphane chapeau ah konner und ich haben uns eben erst mit den rotröcken eines steuereintreibers vor meinem haus amüsiert die eintreiber werden dreister und gewalttätiger darum müssen wir uns kümmern wir müssen ein banner hissen damit die leute wissen dass sie nicht allein sind die docks sind ein rechter kampfplatz zurzeit demonstranten schirmen die letzte britische teelieferung ab die augen der stadt sind auf diese bühne gerichtet ein bosner ohne tee ist eine reißende bestie william johnson schmuggelt den tee von den schiffen einer seiner männer wollte mir das hier verkaufen eine probe von dem angeboten doch sie ist von den schiffen der stempel lässt keinen zweifel er verlangt einen stolzen preis und muss ein langes vermögen damit verdienen wo ist er jetzt ich habe den man nie gesehen darf ich fragen warum du ihn suchst konner er hat vor das ganze land zu kaufen auf dem mein dorf steht und ohne die zustimmung meines volkes zweifellos finanziert der profit dieser kleinen schmuggel operation den ankaufen für die schmuggler ist sie eine wohltat diese tee steuer ich wette dieselben männer die die steuer erheben verkaufen den tee eine bühne verlangt nach spektakel und ich kenne das Stück okay können wir auf jeden fall machen der tee wird von johnson's männern überall um boston herum geschmuggelt wenn du solche kisten erstellst könntest du die lieferung vielleicht stoppen und die verdammten steuereintreiber sind immer noch aktiv die brauchen noch ein zwei lektionen ja wahrscheinlich so viel story er ja klar die kutsche fährt durch konner es macht ihm einfach nichts aus konner der starke junge ja gut am besten so tja so schützen wir uns und dann geht's ab so ich glaube nicht mein freund so einfach geht es hier durch die reihen durch zu marschieren und ihr steuereintreiber ihr bekommt auch was auf die ume drei von drei steuereintreiber hingerichtet nö zu schnell wie gesagt au das war jetzt gut muss ich schon sagen so so ey hast du mich jetzt gerade getroffen während ich im flug war das war jetzt nicht gerade nett von euch so au 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 wenn ich das mal nicht bitte bereue ha nein zu schnell wie gesagt wenn ihr mich so nicht mal trefft seid ihr ziemlich schwach hallo komme ich hier noch höher ja und ah verdammt so hier hoch ich suche mir nur einen platz wo ich runter gehen kann nix beeilung lasst es einfach mal stecken ja bitte stecken lassen danke 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 schön wundervoll ich bin inkognito wundervoll da zahle ich wie gesagt gerne für hier wo müssen wir jetzt hier genau hin das wird lustig das wird definitiv lustig was war das ziel limit für einsätze für feuerwaffen powerwasser nutzen um schmuggelware zu zerstören ok ok das wird sogar noch rot ok kein problem machen wir das doch so ich sollte von hier verschwinden hm auf jeden fall nice das war jetzt recht einfach hier runter zu springen und einfach mal hier hin zu dackeln ich glaube wir haben gleich ein höllisches problem aber egal ich räume zuerst auf und setze da mal zuerst mal überall so ein ding hin dass ich da nicht mehr viel zu machen brauche also ich vereinfache mir das mal ja 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 so kommt ihr hier hin kommt ihr alle hier hin oder wie okay nein komm ich nicht komm ich nicht tja ihr vollidioten nein das wollte ich jetzt so nicht fabrizieren aber aber musste wohl so kommen egal wir nehmen mal das ding hier nein oh man das hätte jetzt nicht sein müssen das hätte jetzt nicht sein müssen hey Connor nervt jetzt nicht der nervt jetzt gerade ungemein der gute Connor hä warum ist das ding jetzt wieder da vorne hallo die wollen mich doch hier ganz verarschen und dann mach bumm so super ich werde eins nicht gemacht haben oh man das wird mich jetzt schon dann kotzen ja gut daneben nicht ja wisst ihr da ich ein Perfektionist bin oh nervt mich das schon ganz heftig ah nee das ist nur so angepriesen so mach bumm geht mir einfach nicht auf den Sender ach was du nicht sagst hab ich eins gefällt vollidiot 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 mäßigern kackpratzenscheiß gedöns ja so scheiße ausfallen ist schon nervig so auch diese Mission haben wir geklärt auf Johnsons Spur erledigt ja bis auf eins schade ne darf ich dann irgendwann mal wieder nachmachen falls ich Bock dazu hab tja aber wir werden uns erst im nächsten Part mit denen treffen und sagen bis zum nächsten Mal tödlö 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 tödlö